So, ihr Lieben, ich begrüße euch wieder alle ganz herzlich da draußen. Ihr müsst heute Susanne ein bisschen mit gerötetem Gesicht übernehmen. Ich habe gestern die erste Sonne ein bisschen ausgenutzt und es war dann gleich ein bisschen zu viel für mein Bleichgesicht. Aber ich denke, ihr nehmt mich auch so, Hauptsache die Klappe geht. Ich habe euch ja ein neues Thema wieder mitgebracht. Ich habe es genannt, geistiger Krieg, fünf Wege, die Frequenz zu erhöhen. Ist meines Erachtens momentan ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil wir sind in einer Situation, das werdet ihr nachher hören, das ist für mich wahrhaftig schon ein geistig, fast biblischer Krieg, der gerade läuft. Viele warten auf, was weiß ich, auf die Raketen, auf die Atombomben, auf die Apokalypse. Und im Grunde genommen stehen wir ja schon mittendrin. Also keiner kapiert eigentlich richtig, was läuft. Und deswegen schauen wir uns mal die momentane Situation möglichst aktuell jetzt an. Ihr kennt ja von den letzten Videos, ich habe ja öfters schon darüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, oder vielleicht nehmt ihr das auch so wahr, dass ich ja eine ganz starke Spaltung wahrnehme, eine Trennung. Ich habe ja ganz viel auch von Reinigungsprozessen gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch von Sieben oder von Keltern habe ich gesprochen oder von dem Ultraschallbad. Könnt ihr euch erinnern, wo ich gesagt habe, da wird der Schmuck reingetaucht und durch diese hohe Frequenz wird dann bis in die letzte Nische rein, der Dreck und die Verkrustung rausgeholt. Und in dieser Situation sind wir gerade. Das heißt, es trennen sich im Grunde genommen zwei Welten, also zwei Parallelwelten, wenn man so will. Und man kann fast sagen, das sind Komplementärwelten. Und das erinnert mich so ein bisschen, wisst ihr ja, auch beim embryonalen Entwickeln haben wir ja immer diese Zellteilungen. Und so kommt mir das momentan vor, dass sich zwei Welten voneinander wegbewegen. Das habe ich auch mit diesem Apfelbeispiel, mit diesem Kernchen, wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, das andere System, die andere Struktur zersetzt sich oder löst sich gerade auf. Und wenn ich hier dieses Wort geistiger Krieg in den Mund nehme, ist es für mich so ein Bild. Ihr wisst ja, ich versuche immer meinen eigenen Bildern zu folgen. Also ich gehe definitiv vorher in keine anderen Videos oder check da jetzt so ein bisschen ab, was sagt der Kollege oder was sagt der Ö-Aufklärer oder was ist der von seiner prophetischen Auffassung, was jetzt alles kommt. Sondern ich versuche glasklar meinen eigenen Bildern zu folgen, glasklar, was ich tagtäglich in meiner Praxis hier erlebe oder auch digital in den psychologischen Begleitungen und natürlich auch mit euch im Austausch. Ich habe ja tausende von Community-Mitgliedern und da glaube ich auch, dass ich ziemlich gut am Puls der Zeit bin. Gut, was beobachte ich? Also ich bin mir sicher, dass da so ein spirituell-geistiger Krieg insofern stattfindet, weil wir Vertreter der materiellen Welt haben, also die Materiemeister, die Vertreter der alten Welt, der alten Frequenz und die jetzt im wahrsten Sinne, das hört sich fast ein bisschen pathetisch an, um die Seelen kämpfen. Ja, es taucht ja oft in der Mythologie auf, in der Bibel überall, Kampf um die Seelen. Ja, und ich habe ja so fast ein bisschen Lachs, also manche sagen ja, ich habe ein bisschen ein loses Mundwerk oder nehme zu wenig Fachbegriffe oder so. Für mich habe ich neulich gesagt, es ist für mich wie ein großer Staubsauger, der da drauf sitzt oder wie mit dem Ameisenbär, der Elise, habe ich es ja verglichen, wo quasi die Energie der Menschen gerade abgesaugt wird, energetisch umgesetzt wird für eine Spitz jetzt, wo wir auch nicht wissen, was das jetzt genau ist. Also wir haben es ja auch viel in den Science-Fiction-Filmen überall, haben wir ja diesen ständigen Krieg der Welten, wo es quasi um eine, ja, ich will jetzt nicht sagen um eine böse und eine gute Welt geht, aber doch zumindest hell, dunkel, konstruktiv, destruktiv, also diese zwei unterschiedlichen Einheiten. So, und auf der anderen Seite, und es kann sein, dass manche jetzt wieder ein bisschen doof finden, wie ich das ausdrücke, glaube ich, dass diese lichtvollen Menschen, diese Haspeler oder Esoteriker würden jetzt sagen Indigo oder Kristallkinder, dass das Gesandte sind, die hier nicht zufällig auf die Erde runtergeplopst sind. Ja, weil wenn man mal davon ausgeht, dass die Erde vielleicht, ist ja auch eine Art von Wesen, ja, warum soll es hier anders sein, warum soll es hier nicht ein System geben, was die Erde abpuffert. Schau mal, unser Körper weiß ja auch, was er zu tun hat. Wenn wir in einen hochsauren Bereich reinkommen, dann weiß der Körper, dass er Kalzium oder basisches einmünden lassen muss und wenn er sich im Notfall das Kalzium aus dem Knochen zum Beispiel rausholt. Oder er weiß, dass er Wasser speichern muss, um eine hohe Toxizität abzufedern, ja, damit das Ganze verdünnt ist. Also diese Abpuffersysteme gibt es ja in diesem Körpersystem von uns und ich bin mir ganz sicher, dass wir das auch fraktal übertragen dürfen, ja, dass es Energien gibt, Kräfte gibt, die sich mobilisieren, wenn es hier uns in unserer toxischen Brühe hier unten nicht gar so sonderlich gut geht. Und in meinen Bildern, weil ich dann ja oft auch immer frage, in meinen Visionen, in meinen Bildern, warum ist das alles so, ja, verzeihe mir jetzt, dass ich das so ein bisschen bildlich rüberbringe, dann habe ich solche Antworten gekriegt, ja, Susanne, stell dir doch einfach mal vor, wenn das jetzt hier ein Säurebad wäre, ja, und übrigens in der Apokalypse und noch an anderen Bibelstellen taucht ja tatsächlich immer dieser gelbe Schwefelsee, dieser Säuresee auch auf. Also von daher ist es gar nicht so verkehrt jetzt von dem Bild. Und dann hat es eben geheißen, naja, was würdest du denn bei dem Säuresee tun? Was würdest du denn machen, wenn was hochtoxisches oder in der Säure ist? Man würde Basentabletten abschmeißen. Ich glaube, in irgendeinem Video habe ich es euch mal erzählt. Also ein basisches Milieu nach unten beamen, um etwas zu neutralisieren, um etwas auszugleichen und etwas abzufedern. Und wenn wir das mal auf der energetischen Ebene sehen, vielleicht kennt ihr das oder auch aus der Kinderzeit, wenn uns irgendwas passiert oft, wo wir keine Kontrolle mehr haben, keinen eigenen Willen oder ein Kind, was sich nicht wehren kann oder keine Lösungen hat, dann haben wir oft Einflüsse, wo man sagt, oh, da war der Schutzengel unterwegs oder wir wurden beschützt von einer göttlichen Macht und Kraft, weil es nicht mehr von uns ausgehen konnte. Also auch da haben wir diese Gleichgewichte. Und was ich glaube, oder ich glaube es nicht nur, das ist meine feste Überzeugung, auch wenn mich manche vielleicht dafür jetzt verlachen, Ich glaube, dass diese Christusenergie, also ich nenne das jetzt mal Christusenergie, ich komme nun mal aus dem christlichen Kulturkreis, aus dem christlichen Milieu, dass diese Christusenergie schon längstens hier unten gelandet ist. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Hellseher. Ich kann da nicht sagen, ob das jetzt wirklich so über den Bibel getreuen ist, dass hier der, was weiß ich, Jesus wiederkommt, oder ob diese Christusenergie eher ein Konglomerat ist von lichten Kräften, die jetzt unterwegs sind, kann ich nicht sagen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass diese ausgleichende Bewegung hier schon in unserem Erdenkreis gelandet ist und bereits ausgleichen anfängt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch die Leute angucke, mit denen ich hier arbeite und ich habe ja die große Gnade und das große Geschenk, dass ich mit Hochbegabten arbeiten darf, mit kognitiv oder emotional Hochbegabten, dann muss ich sagen, dass es diese Lichtfiguren hier auf der Erde schon gibt und mich das hier ganz ehrlich auch zuversichtlich macht. Weil ich sage, das sind wie so, ja wie soll man sagen, ja Basentabletten, die kurz vor der Auflösung sind. Und ihr wisst ja, wenn du eine Essenz, ein Parfum-Tropfen, habe ich mal in einem Video gesagt, in den Raum bringst, dann kannst du mit einem Tropfen einen ganzen Saal erfüllen. Und so ist es mit diesen Energien. Ich habe ja mal in einem der letzten Videos auch gesagt, dass ich immer diesen Satz nicht verstanden habe, Jesus trägt die Sünde der Welt, ist für unsere Sünde gestorben. Es ist im Grunde genommen ja auch ein metaphorisches Bild, dass ein verdichteter Tropfen, ein verdichtetes Wesen in seiner Güte, in seiner Lichtgestalt, den ganzen Müllberg einer Erde abfedern kann und ins Gleichgewicht bringen kann. Und deswegen glaube ich, dass in Krisensituationen, im Kleinen, also im Individuellen, aber auch im Großen, diese Gegengewichte kommen und immer dann angezapft werden können, wenn eine Seite der Wippe ins Extreme gegangen ist. Gut, aber kommen wir zurück zu der Aussage, dass ich sage, wir haben einen geistigen Krieg. Das klingt natürlich gleich ein bisschen herb, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass angesichts dessen, dass so viele Leute jetzt warten auf, was weiß ich, drei Tage Finsternis und Stromausfall und Atombombe und dass der Russe kommt und sonst wie, dass die in der Materie kleben geblieben sind und nicht kapieren, dass vieles metaphorisch und symbolisch heutzutage abgeht. Ich glaube auch für die, die in der Wahrsagerei unterwegs sind oder ihre Irlmeiers und all die möglichen, diese Propheten da sich reinziehen, dass die außer Acht lassen, dass vieles nicht wortwörtlich gemeint ist, sondern dass wir auf eine metaphorische Ebene, auf eine symbolische Ebene müssen und dass dieser Krieg, auf den die da alle schon warten, jetzt seit Jahren, schon längst eingetreten ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Was hat zum Beispiel, der Irlmeier hat auch losgelassen, irgendwie mit dem gelben Schwefelstaub oder was hat er denn gesagt, dass dieser gelbe Staub, den man da nicht einatmen soll und drei Tage in der Bude bleiben soll? Ich frage mich zum Beispiel die letzten paar Tage bei diesem gelben Sahara-Staubhimmel, ist das nicht vielleicht irgendwie so ein Zeug, was auch ein Irlmeier vielleicht eingekleidet hat in solche Bilder? Also viele gibt es ja unter uns, die wirklich an Sandstürme hier glauben, aber man könnte auch andere Gedanken kriegen, zumal ich jetzt, gestern haben wir ja auch in der Community wieder lang diskutiert, in meiner unter anderem auch Telegram-Gruppe, weil viele haben momentan sehr starke Schleimhautentzündungen, Reizungen der Nase, Reizungen der Augen, bronchiale Probleme bis hin zu Lungenentzündungen in kürzester Zeit. Also das ist natürlich auch ein Thema, könnte man ein bisschen abdiskutieren, aber da ist das wahrscheinlich jetzt nicht hier der richtige Kanal. Gehen wir nochmal mit Blick auf den Geistigen Krieg. Was sind für mich die Hauptbühnen, wo wir mit Geistigem Krieg zu tun haben? Also die erste Hauptbühne ist für mich wirklich eine toxische Durchseuchung. Das Schlimme ist ja an diesem Geistigen Krieg, du kannst dich nicht wehren, weil du den Gegner nicht kennst, du siehst ihn nicht. Er ist auf einer energetisch-geistigen Ebene, wo du nichts dagegen tun kannst. Deswegen ist es ja wichtig, dass ich die Dinge durchschaue und hinter die Kulissen gucke und hinter die Materie gucke, was unterwegs ist. Was meine ich jetzt mit toxischem Einfluss? Ich habe es euch bereits genannt. Für mich ist der Himmel da oben nicht normal. Könnt ihr mal ein bisschen recherchieren in bestimmten Kanälen, was ich damit oben meine? Genauso, ich glaube, in anderen Videos habe ich es euch auch schon benannt. Diese ungesunden Frequenzen, da findet doch eine Art der Attacken statt, die wir optisch nicht sehen können. Oder die Lebensmittel, die keine Lebensmittel mehr sehen. Du kannst ja fast nichts mehr einkaufen, ohne dass da nicht irgendein Quatsch drin ist, der dich belastet oder gar vergiftet. Die Klamotten, die ganzen, auch Medien, ich finde es ein toxischer Einfluss, der uns diffundiert. All das, was wir an Panik- und Angstszenarien da bildlich und schriftlich reinkriegen. So, und genau dasselbe ist auch mit dieser Informationsflut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir ist es zu viel. Durch jede Ritzel, durch jeden Winkel kommt hier eine Informationsflut, auch in den alternativen Medien, die dich erschlägt. Und ich sage mir ganz ehrlich, und da sind wir wieder auf der metaphorischen oder symbolischen Ebene, das ist doch die moderne Sinnflut, oder? Du ersäufst doch in Information. Du kriegst doch fast keine Luft mehr. Du musst dich in deine kleine Eiche Noah zurückziehen, in deine Kammer, machst du die Bude zu und sagst, ey, lass mich in Ruhe. Mit all den Medien, mit dem Fernsehgeklotze, mit der Zeitung, man kann es nicht mehr ertragen. Also wie gesagt, das ist die erste Bühne. Die zweite Bühne, die ich gerade sehr stark feststelle, da möchte ich euch aber jetzt bitte keine Angst machen, aber wir haben hier einen sehr starken, starken, also psychischen Zusammenbruch vieler Menschen gerade. Und das kommt durch diesen Angst-Panik-Rhythmus, der auf die Leute eingeschleust wird, eingehämmert wird. Könnt ihr euch noch erinnern, ich habe damals, als ich dieses Frequenz-Video gemacht habe, habe ich euch von der Brücke erzählt, dass wenn man da Soldaten oder eine Armee drüber marschieren lassen würde, im selben Gleichschritt, würde dieser repetierende Rhythmus diese Brücke zerstören. Das heißt, wir brauchen uns nicht wundern, dass die psychischen Systeme der Menschen gerade zerstört werden. Also viele sind am Limit. Ja, viele. Bloß, weil jetzt draußen ein bisschen die Sonne scheint und wir sehen da draußen keinen, der verrückt spielt oder irgendwo neben der Kappe ist. Also draußen hält sich keiner auf, der ungesund ist, sondern die hocken ja in ihrer Bude. Oder ich habe jetzt allein drei Fälle in den letzten Wochen, wo sich jemand in der Familie der Leute, die ich begleitet habe, suizidiert haben. Die haben sich um die Ecke gebracht, weil sie nicht mehr konnten. Und jeder, der von euch vielleicht so in psychologischen Einrichtungen oder Kliniken arbeitet oder Psychiatrien oder sowas, ihr wisst alle ganz genau, die sind stopfevoll. Auch die Kinder-Jugend-Kliniken, Psychiatrien sind huckeldicht. Und wenn du heute eine psychologische Begleitung willst oder einen Psychologen, einen Psychiater, du glaubst doch nicht, dass du großartig da noch Unterstützung kriegst. Du hast ja ewige Wartezeiten auf solche Fachärzte. Und wenn du Glück hast, dann hast du oft Gruppentherapien oder kriegst dann deine chemischen Glücksbringer-Pillen, die dich da durch die Zeit retten sollen. Aber dass das auf Dauer natürlich auch nicht unbedingt der Knaller ist, das könnt ihr euch denken. Also zweite Bühne, psychischer Zusammenbruch durch dieses rhythmische Pulsieren mit Angst und Panik. Dritte Bühne ist für mich, also muss man schauen, wie ich es formuliere, eine kognitive Invasion im Gewande der Täuschung, im Gewande des Guten. Was meine ich damit? Alles, was momentan gerade passiert, hat ein ganz buntes, schönes Mäntelchen um. Unsere Gesundheitsvorsorge. Gestern war ich wieder am Supermarkt oder war es vorgestern, große Plakate mit Sepsis-Aufklärung. Oder einmal ist es Gürtelrose, einmal sind es irgendwelche Kockendinger da oder sonstige Bazillen und Stacheltiere, gegen die wir uns schützen sollen. Also wo du auch merkst, im Mäntelchen der Vorsorge, das wir meinen, ist ja nur gut, wird hier manipuliert und beeinflusst. Und so ist es auch in anderen Bereichen. Wenn es dann heißt, was habe ich denn hier aufgeschrieben, zum Beispiel, wenn alles zum Schutze der Demokratie gerade passiert. Oder wenn wir hier der Wohlfahrtsstaat sind für die ganze Welt global, dass wir spenden sollen, dass wir unterstützen sollen. Es ist alles im Fokus des Guten, was wir tun sollen. Selbst der religiöse Bereich wird jetzt gerade infiltriert. Erst macht man das System platt, höhlt es aus und dann geht man da rein und bestimmt dann die Gesetzesregeln. Also auch der religiös-spirituelle Bereich wird besetzt. Da sage ich euch dann nachher noch ein Beispiel, um hier diesen Machtbereich auch zu kontrollieren. Ist so ein großer Machtbereich, ist klar. Spiritualität, Religion ist der Ort, wo wir ganz viel Menschen kontrollieren können. Und das heißt, kannst du zum Beispiel auch in Familien sehen, wer zum Beispiel eine toxische Partnerschaft hat oder jemand hat eingeheiratet, der hoch toxisch war, hoch narzisstisch, psychopathische Züge vielleicht sogar hatte. Da wird erstmal angeklopft, man will in das System ja rein. Und wenn dann dieser jemand da drin ist in diesem Familiensystem, dann kannst du zugucken, wie in kürzester Zeit plötzlich gruppendynamische Prozesse sich lostreten, wie Isolationen vorgenommen werden, die Familie sich spaltet und dann oft in kürzester Zeit quasi auseinanderbricht. Gut, was schauen wir uns jetzt an? Wo findet jetzt diese Invasion statt? Also, dass in Systeme eingedrungen wird und ein geistiger Krieg stattfindet. Ich will sogar sagen, vorhin habe ich es schon genannt, oft auf biblischer Ebene ein Krieg, auf symbolischer Ebene. Einerseits sagen sie uns ja ständig, die Bibel taugt nichts, die ist ja so und so viel umgeschrieben und was willst du mit der angestaubten Bibel. Aber es ist schon seltsam, dass vieles sich in diesen biblischen Symboliken ja bewegt. Viele Science-Fiction-Filme haben Symboliken drin eingewoben. Was fällt mir denn jetzt ein? Fällt mir zum Beispiel Matrix ein? Warum heißt die gute Frau Trinity? Das ist die Dreifaltigkeit. Warum taucht da das Volk Zion auf? Also, das sind oft biblische Anspielungen, symbolische Anspielungen. Und wir haben viele Symboliken, was ist mir noch eingefallen von den letzten Jahren? Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir da helfen, aber auch so eine Olympia-Eröffnung war es in London oder so, wo da hunderte von Betten da in dieser Arena gestanden waren, in diesem Stadion mit Kindern drin, die von irgendwelchen Klinikpersonal verwaltet wurden. Also Krankenbetten. Was ist das für eine Symbolik? Dann könnt ihr euch vielleicht noch erinnern an diesen komischen Hopset-Tanz da über Jerusalemer. War doch so ein Lied, wo die da zum Beispiel das Klinikpersonal oben auf den Dächern der Kliniken ihre komischen Tänze aufgeführt haben zu diesem Rhythmus dieses Liedes. Warum Jerusalemer? Und warum? Ausgerechnet vorwiegend war es ja Klinikpersonal. Also, könnte man auch meinen, ja, werden hier die Puppen zu bestimmten Flötentönen hier schon mal vortrainiert. Oder wo haben wir noch, wenn ihr euch noch an Grand Prix erinnert, wo die Madonna damals dieses Lied gesungen hat, wo sie so einäugig da gesungen hat, nicht jeder kommt in die neue Zeit. Und irgendwelche naiven Mädchen da in weißen Kleidchen und Blütengrenzen mit Gasmaske getanzt haben und dann irgendwo die Bühne hinabgefallen sind und mausetot waren. Das sind doch alle Symboliken, oder? Das kann mir doch keiner erzählen, dass das zufällig ist. Oder wo ich jetzt wieder, ich muss da nicht mal aufpassen, dass ich mich nicht aufrege, ja. Ich habe jetzt die Passion geguckt vor ein paar Tagen an Ostern, ja. Passion übertragen von, also von RTL, Riesenbühne, man beachte Dokumentagelände. Also in Kassel war das, wie heißt das Ding, Friedrichsplatz, oder? Ist egal, auf jeden Fall waren da tausend von Leuten außen rum. Und dann hat man die Passion Jesu nachgespielt, also in die moderne Zeit rübergeholt, mit bekannten Schauspielern teilweise, ja. Und hat das Leiden Christi nachgespielt. So, jetzt kann man sagen, das ist doch toll, schau doch mal her. Die haben wenigstens an Ostern das christliche hier verbrämt und haben das mit reingeholt. Und die Leute haben nicht gemerkt, dass sie für dieses Inszenario, für dieses Aushöhlen des christlichen Systems über RTL benutzt wurden, für ein Schauspiel, wo sie sich selbst ab Azurdum geführt haben. Ja, da haben sie dann ein riesen sechs Meter Lichtkreuz zur Bühne dann, ich glaube über ein paar Kilometer weiter herbeigeschleppt, ja, vom Volk getragen, ja, und haben überhaupt nicht geschnallt, dass sie missbraucht werden, um das Kreuz, an dem diese Jesusfigur sich praktisch hingerichtet wird, selber beizuschaffen. Und dann war das Nächste, was haben sie denn noch gesagt, ja, dieser Jesus, er hätte nicht nur die Aussätzigen oder die Ausgestoßenen berücksichtigt, sondern auch die Querdenker und die Unbehandelten hätte er auch gütig aufgenommen. Also ihr merkt, da wird auf das Level dieser Christusfigur sich erhoben, um andere dadurch zu richten. Ihr armen Sünder, ihr Bösen da drüben, aber wir haben ja Mitleid mit euch. Ja, und was dann ja noch der Knaller war, ich möchte euch jetzt nicht langweilen, ja, ich möchte da jetzt nicht zu stark in die Details gehen, aber das war für mich schon der Knaller, ja. Dann haben sie dieses Volk missbraucht, indem sie sie animiert haben, an diesem Theaterstück mitzuwirken. Da gab es ja diese Szene, ihr wisst, wo dann Jesus vor Gericht steht und mit diesem Barabbas verglichen wird, also wen das Volk jetzt wählen will für die Hinrichtung. Und dann hat man die Menschenmassen dazu animiert, Barabbas zu schreien, ja, also in Kassel direkt, und kurz danach kreuzige ihn, ja. Mehrfach hat man das Volk animiert, in dieser Szenerie, auf diese Bühne zu schreien, kreuzige ihn. Ja, und die haben es nicht kapiert, die Leute, ich glaube, die haben alle einen kurzen Docht gehabt, die haben es nicht kapiert, ja, dass sie missbraucht wurden, genau diese Jesusfigur hinzurichten, ja. Und da muss man eben aufpassen, weil genau diese Psychospielchen, das erinnert mich stark an so psychopathische Spielchen, die man auch im familiennahen Kreis findet. Wenn ein Psychopath, ein Hochnarzisst sich vom Leiden des Anderen ernähren will, ja, geht er in die Hybris, ja, und stellt den Anderen bloß oder macht Psychospiele mit ihm, wo der Andere gar nicht kapiert, was er jetzt gerade treibt, ja. Also er hat ganz stark Verwandtschaft mit diesen psychopathischen Spielen, wo man jemanden anderen tanzen lässt, ja, um seine Überlegenheit zu zeigen. So, also jetzt will mich nicht da drin ereifern, weil sonst wird das Video ja ewig. Was wichtig für euch zu wissen ist, ist, dass es hier ein Wahrheitstest ist. Es ist ja alles Energie, sagt Tesla und Einstein, ja. Und wir müssen in der heutigen Zeit erkennen, was steckt dahinter, was steckt hinter der Materie. Was ist die echte, wahrhaftige Energie, ja. Die Zeit ist die, dass wir Gold vom Blech unterscheiden müssen, das Wahre vom Unwahren, ja. Und der Krieg, der geistige Krieg ist deswegen momentan so stark. Und meines Erachtens wird hier aus allen Geschützen gerade die letzten paar Wochen geschossen, ja. Der Krieg ist deswegen so stark, weil, und ich zitiere hier, ich glaube Einstein hat es gesagt, wenn eine höhere Energie den Raum betritt, sagt er, Dann muss die schwächere, die niedere Energie entweder weichen oder sich anpassen. Und du glaubst wohl nicht, dass die Zeit der alten, also die Energie der alten Zeit, ja, dass da irgendeiner Lust drauf hat, sich anzupassen. Also es geht um alles, es geht um die Wurst. Und deswegen ist dieser Krieg so massiv und auf einer Ebene, wo sich der andere kaum mehr wehren kann, weil er die Energieattacken einfach nicht erkennt und sieht. Ist das so ein bisschen verständlich? Gut, das heißt, wir müssen jetzt überlegen, wenn dieser geistige Krieg gerade so präsent ist, ja, dann muss ich ja schauen, dass ich meine Energie erhöhe, oder? Das ist doch die einzige Lösung. Wenn also Einstein sagt, die höhere Energie zwingt die andere Energie, sich entweder anzupassen oder sie muss den Raum verlassen, ist doch unser Ansinnen jetzt, die Energie zu erhöhen. Richtig? Und jetzt müssen wir überlegen, was können wir tun? Ich habe ja schon in älteren Videos ein paar Mal darauf hingewiesen, schon im Detail, wie man sich nähern kann und so weiter. Aber ich fasse das jetzt nochmal in fünf wichtige Punkte zusammen. Ja, und da möchte ich, dass du vielleicht auch im Nachgang, nach dem Video nochmal drüber nachdenkst, wo kannst du das real umsetzen in die Istzeit, in die momentane Weltensituation, weil jeder Einzelne hier auch gefragt ist. So, der erste Punkt ist der, dass wir die Frequenz erhöhen müssen. Und wenn ihr euch noch an ein älteres Video, ich glaube, das war sogar das Frequenzvideo, erinnert, da habe ich doch diesen David Hawkins zitiert, der mit diesen, ihr wisst schon, der hat auch so Frequenz-Hierarchien hat der entwickelt, ja. Also wo es losging da unten mit Angst, Scham, Schuld, das waren Niederfrequenzen. Und ab 200 Hertz fängt der Mut an und alles, was drüber geht, geht in die Zuversicht, in die Freude, vor allen Dingen ins Schöpferische. Wir müssen also, erster Punkt, in die Frequenz über 200 Hertz kommen. Da, wo der Mut beginnt, ab da fängt Schöpferwesen an. Ab da kann dich keiner mehr in die Knie zwingen. Weil zum Beispiel Wut ist auch unterhalb 200 Hertz. Und dreimal kannst du dir raten, warum jetzt momentan die Wut geschürt wird. Aber da werde ich nochmal ein extra Video zu machen, ja, dass die Puppen jetzt quasi als Strohpuppen in die Arena geworfen werden und angezündet, damit das Volk, wenn du so willst, was zum Zerreißen hat, ja. Oder als Angriffsbühne jetzt hat, um die Wut auszuleben. Aber ich darf euch warnen, Wut ist ein schlechter Ratgeber auch hier, weil Wut dich in einer Frequenz hält, die unter 200 Hertz ist. So, zweiter Punkt ist, alles versuchen abzuschotten, was dich in eine niedere Frequenz zieht. Dafür habe ich auch schon ältere Videos gemacht, ja. Niederfrequenz, das können Menschen sein, die aggressiv sind um dich, die neidisch sind, die klammern, die dich benutzen wollen, die dauerpessimistisch sind, die nur das Negative sehen, die nur rumjammern, ja, wo du sagst, das bringt dir überhaupt nichts, denen zu helfen, weil die mich total wie ein Sandsack nach unten sehen. Aber ich meine hier nicht nur Menschen, ich meine auch zum Beispiel Dinge, also Gewohnheiten, die du hast. Oder auch zum Beispiel Süchte, die wir haben, ja. Sei es jetzt der Alkohol oder jetzt dieses Drogenzeug da, was jetzt immer mehr auch freigegeben wird. Man kann jetzt dreimal raten, warum wird das freigegeben, ja. Oder vielleicht auch mal gucken, die Medikamente, die du nimmst, ja. Dann Psychopharmaka sind auch nicht unbedingt so der Brüller. Bist du auch in einer gewissen Abhängigkeit, wenn du so willst. Wobei, das musst du natürlich mit deinem Arzt dann schon absprechen, ja. Also auch das kann negativ sein und dich runterziehen. Also da einfach mal einen Blick drauf werfen. Dann dritter Punkt, dich positiv laden. Da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil das ist wirklich eine Sache, da habe ich schon oft drüber gesprochen. Nur so viel, was nährt dich? Was tut dir gut? Und das ist kein Egoismus, glaub mir es. Das ist deine Batterie füllen. Die Batterie muss jetzt gefüllt sein, sonst kannst du keine hohen Frequenzen kriegen. Wie denn mit ein bisschen Saft da noch unten drin, ja. Mit einem Liter Benzintank kannst du, da kannst du auch keine großen Reisen mehr antreten, ja. Musst du auch erst zur Tankstelle. So, dann, was ich nach wie vor wichtig finde, ist diese Anbindung nach oben, ja. Für mich ist es ganz klar das Gebet. Es kann auch Meditation sein, aber da darf ich dich ein bisschen warnen, ja. Wenn du Meditation beherrschst und diese Versenkung, diese Kontemplation, dann tut es. Aber in der heutigen Zeit, ich sage es dir ganz ehrlich, würde ich nicht fremd betreuen lassen, ja. Dieses ganze Gemüse, was da digital draußen rumschwirrt, ich will nicht sagen von allen, ja, da werde ich mich hüten, aber vieles davon ist KI generiert, vieles davon ist mit dem Ziel, irgendwas einzuschleusen, weil dir muss klar sein, in dem Zustand der Anbindung kann man ganz viel in dich reinmüllen, in dein Gehirn, ja. Also wenn ich ein böser Finger wäre vom Beruf, ja, würde ich anfangen, würde den Leuten technische Frequenzen mit reinjagen, ich würde Supplemente-Botschaften mit reinlegen, zwischen die Zeilen, ich meine, da hat es ja auch genug Meditation und Zeuge geben jetzt vor drei, vier Jahren, wo sogar eine gelassene chemische Behandlung dir nahegelegt wird in dieser Meditation, also wie du da leichter und lockerer damit umgehen kannst. Also da siehst du ja, da ist ja irgendwo auch eine Botschaft gekoppelt, die nichts mehr mit der reinen göttlichen Anbindung zu tun hat. Also sei da bitte vorsichtig, wobei Anbindung oder Gebet immer damit auch zu tun hat, zur Stille zu kommen. Solange du deine Kragenarme immer nach außen hältst und das muss ich noch machen und der Event und da muss ich noch sorgen und da habe ich noch Urlaub und, na, verstehst du, solange ich nicht in die Mitte komme, kann ich nicht diese Kreuzform in die Senkrechte bringen, in die Vertikale. So, und der letzte Punkt, der ist mir auch noch wichtig, der Schlüssel ist für mich diese, ich hatte ein bisschen Überlappung jetzt mit Meditation, Gebet, ist diese Nische Alpha-Frequenz hin in Theta. Also Alpha, das ist so kurz vorm Einschlafen oder diese tiefe Entspannung, wo man auch gut aufnehmen kann. Und Theta, das ist ja so dann, wo die Schlafphasen, die Tiefschlafphasen sind, wo du auch träumst. Und meines Erachtens ist es ganz, ganz wichtig, dass du diese Phasen hast, sei es über Vision, also viele Haarspiller oder mediale Menschen kommen da rein und haben dann Visionen, mystische Begegnungen, also all das ist möglich. Oder du hast es natürlich auch über Träume. Und es ist heute ganz, ganz wichtig, dass du in Tiefschlafphasen kommst, um zu träumen. Weil uns wird immer beigebracht, ja das Träumen, das wäre jetzt nur, dass du den Müll des Vortages aufarbeitest, dem ist nicht so. Ein Traum ist immer auch das Fenster in die Anderswelt rüber. Also in diese zweite Welt, wo wir ja auch angebunden sind. Und wenn man dich stört, und da könnte man wieder ein großes Fragezeichen machen, warum können momentan aktuell kaum mehr die Leute durchschlafen? Ja, was ist da los strahlungstechnisch? Oder was wird da gemacht, dass die Leute um halb zwei, um halb drei alle aufstehen und nicht mehr in diese Tiefschlafphasen kommen? Weil dadurch wird verhindert, dass es eine Anbindung in die Anderswelt gibt. Ja, in diese vier oder acht Hertz, wo du diese Anbindung hast, wo das Kognitive weggeschalten ist, dein Bewusstsein, das ja für die Erde oder für die Materie hier gedacht ist als Orientierung, wenn das nicht zurückschwingen kann in diese Niederfrequenz, wo du dich diesen Botschaften öffnen kannst, die oft fast prophetisch zu dir kommen, weil ich glaube, dass hier momentan ganz, ganz viel durch diese Fenster passiert. Wenn du das nicht schaffst, glaube ich, also ich bin mir sogar ganz sicher, dass hier ganz starke psychische Störungen sich auch entwickeln können, wenn du diese Träume oder diese Verbindung mit dieser Anderswelt nicht mehr leben kannst. Deswegen habe ich nachher auch dieses kleine Gedicht über den Traum gemacht. Also achte drauf, geh dann schlafen, dass er noch rechtzeitig auch vor Mitternacht in die Koje kommt. Stell dich geistig drauf ein, das kann man ein bisschen trainieren, dass du träumen willst, beziehungsweise ich mag es oft, ich stelle vor meinem Schlafen mir eine Frage, ich kriege dann oft auch Überträume, Antworten, also das kann man trainieren. Und was wichtig ist, bevor du früh aus der Falle gehst, erst nicht bewegen, weil der Traum haut dann dir ab, wenn du ins Aufrechte gehst oder gehst aufs Klo oder sonst was, weil dann der Schalter ins Kognitive umschlägt und die Träume sind verschwunden. Also kurz im Bett liegen bleiben, kurz nachdenken, was habe ich geträumt, am besten vielleicht ein Buch, einen Blog nebendran, auf dem Nachtkästchen, wo du dir ein paar Stichpunkte schnell machst und dann kannst du diese Quellen, die meines Erachtens hochwichtig sind, also C.G. Jung hat damals gesagt, das ist der Königsweg zum Unterbewussten, beziehungsweise meines Erachtens auch zu der anderen Welt, also nochmal eine Quelle zusätzlich, dass wir die anzapfen können. Das ist ganz, ganz wichtig. So, das war's für heute schon mal. Ich hole jetzt mal mein Gedicht noch schnell her, wer mich für psychologische Begleitungen braucht. Ihr wisst, dass ihr mich bitte mittags kurz anruft. Also keine langen Briefe schreiben, die kann ich nicht mehr lesen. Und ja, ich brauche wieder ein bisschen eure Unterstützung. Wisst schon, Däumeln, wisst schon, teilen, ein bisschen unter die Leute streuen, damit wir die Botschaften an möglichst viele Leute kriegen. Und dafür brauche ich euch einfach. Kommentare bin ich wieder sehr glücklich, wenn ich viel lesen kann, weil es einfach spannend ist, was ihr für Erfahrungen und Meinungen dazu habt. So, jetzt mein Gedicht hier noch, das heißt Der Traum Niemals ganz bist du getrennt Von himmlisch wunderbarem Land, Wo man dich beim Namen kennt, Von dort hat man dich ausgesandt. Wie an einem Silberfaden, Dir verbunden bis ins Herz, Wirst in der Nacht du eingeladen, Heimzukommen, Wolkenwärts. Mögen viele ist dir neiden, Dass du sprichst mit himmlisch Quellen, Sie können niemals weg dich schneiden Von deiner Heimat und dem Hellen. Mögen sie dich auch umfassen, Dich umstellen, hindern, ziehen, In Nächten müssen sie dich lassen, Wenn Träume in das All entfliehen. Sie können kerkern dir Gedanken, Sie können fesseln Leib und Fuß, Doch scheitern werden sie im Lenken, Wen Geist sich heimwärts wenden muss. Alles lieben euch alle, Ja, alles liebe euch allen, Jetzt habe ich es richtig, Bis vermutlich nächsten Sonntag, Ich muss mal gucken, Bin jetzt in Heidelberg auf Vorträgen unterwegs, Aber ich schaue, Dass ich am Sonntag noch ein bisschen was zusammenkriege für euch, Und dass wir uns dann wieder Am Sonntagmorgen sehen können. Alles Liebe von eurer Susanne